Berechne die Extrempunkte der folgenden Funktionen. Das ist die Aufgabe, die ich mir für dieses Video überlegt habe. Fünf kleine Funktionen habe ich dir herausgesucht und ich wünsche mir, dass du diese Aufgabe einmal löst für diese fünf Funktionen. Und zwar genau so, wie du das im Abi auch aufschreiben würdest. Also Step 1, notwendige Bedingungen. Step 2, ableiten und so weiter. Schön sauber, schön ordentlich, wie in dem Rezept, so wie ich das vorgeschlagen habe. Und dann verlinke ich dir die Lösung in der Infobox bzw. im Abspann und du schaust dir danach gerne nochmal meine Lösungen an. Und zwar nicht nur Lösungen korrigieren und gucken, ob du es richtig hast, sondern wirklich nochmal das Video aufsaugen und nochmal gucken, wie sind da die Überlegungen, wie sind die Steps. Das ist effektiv. Erst selber lösen und dann nochmal ganz genau zuhören und zugucken, wie ich das gemacht habe. Das wäre mega effektiv. Lösungsplaylist wird verlinkt. Wenn du Fragen hast, kannst du sie hier. Unter dieses Video schreiben oder in der Lösungsplaylist. Ich sehe das ja dann. Dann würde ich sagen, erfolgreiches Üben. Let's go.